Guten Morgen, grüß Gott nach Nürnberg, lieber Markus, lieber Manfred. Ich freue mich, dass unsere Partei sich heute in Nürnberg versammelt, um die europäischen Dinge weiterzubringen. Diese Europawahl ist eine besonders wichtige, weil wir müssen antreten gegen Kapitalisten, gegen Simplisten, gegen Populisten und gegen Vereinfacher. Manfred Weber ist der richtige Mann, um dies zu tun, weil er hat in seiner Tätigkeit als Präsident der europäischen EVP-Fraktion gezeigt, dass er Menschen zusammenbringen kann. Menschen zusammenbringen, ja, das müssen wir in Europa in den nächsten Jahren tun. Wir müssen dagegen kämpfen, dass man die Europäische Union als eine Zweisamkeit erlebt, die sich zwischen Ost und Westen aufteilt. Nein, Europa muss mit beiden Lungen atmen. Und da ist Manfred Weber der richtige Mann, um das in die Wege zu leiten. Ich habe das Programm unserer Parteien, CDU und CSU, aufmerksam gelesen und aus diesem Programm atmet diese Einsicht, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir müssen zusammenarbeiten, weil Europa ist der kleinste Kontinent. Europa nimmt an wirtschaftlicher Kraft ab und Europa wird noch kleiner, als es ohnehin schon ist, weil während wir 25 Prozent der Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts darstellen, werden wir am Ende dieses Jahrhunderts 4 Prozent Europäer auf 10 Milliarden Menschen sein. Also Minderheit, kein einziges europäisches Land wird Teil der G7-Gruppe in 20 Jahren sein. Und diejenigen, die denken, man könnte sich jetzt für die nationale Formation zurückverzweigen, irren sich fundamental. Es kommt jetzt darauf an, dass wir zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, ja, das ist das Motto meines Freundes Manfred Weber. Und die Tatsache, dass die beiden Unionsparteien sich auf ein gemeinsames Programm und auf einen gemeinsamen Spitzenkandidaten verständigen konnten, zeigt doch, dass wir diese Lektion der jüngsten Geschichte verstanden haben. Also ich wünsche der CSU, ich wünsche auch meinem Freund Manfred Weber alles Gute für die anstehende Wahl. Er wird ein guter Kommissionspräsident werden. Tschüss, grüß Gott.